Er kommt heute! Ist ja gut, Mama. Sag mal, willst du etwa noch mehr Kinder? Vater, ich bin gekommen, um für meine Tochter zu beichten. Mein Kind hat einen furchtbaren Mann geheiratet. Er ist ein guter Mann. Er ist viel zu schwach, Mama. Dad, das ist ein Räumungsbefehl. Heißt das, dass uns das Haus nicht mehr gehört? Dad, was hast du getan? Er hat gespielt. Wir waren der Einsatz. Hey, Bruno. Komm her. Vergiss nicht, was das Schwein gesagt hat. Auf die Münzen setzen. Geld ist wie die Sonne. Nur wenn du den Münzen vertraust, wirst du ein wohlhabender Mann werden. Was willst du? Nummer... Untertitelung des ZDF, 2020